Es ist Zeit für World on the Ground Wrestling. Rowdy McGuinness. Ich habe deinen Debütkampf im Mai gesehen. Du bist mit deinem Gegner an die Bar gegangen. Das müssen wir jetzt auch machen. Nach unserem Match an die Bar gehen. Jetzt mal ernsthaft. Möchtest du wirklich wissen, was ich von anfängern halte? Rookies sind für mich da, um sie richtig auseinanderzunehmen. Um sie zu quälen. Ich verrate dir so viel zu seinem Kampf. Mittels Abklopfen wirst du dich nicht aus diesem Match retten können. Ich setze diesmal alles auf technischen K.O. Einständig wirst du die Kampfmatte nicht mehr verlassen können. Dieser 8. Juli 2018 ist perfekt gewählt. Es findet kein Match der Fußball-WM statt. Alle werden Zeit haben, sich deine vernichtete Niederlage im Weber-Klecht anzusehen. Ich habe mich mit Untergang geweiht. Im. Ja. Des. Toor. Es ist Zeit für World on the Ground Wrestling.